wir wissen schon wie das geht tasten bei mir drücken sogar neue rekord neuer rekord es darf bitte nicht in kamen treffen den cooper meine ich okay der trifft es nicht oder nein da 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 natürlich bekommt der stelle natürlich wieso denn auch nicht er wird ja immer gesportet von bauser gott 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 was will ich dahin was will ich dahin 21212 das wird nicht gut ausgehen da lang fick dich das ist einfach unfair ach so okay ich habe nichts gesagt ja natürlich der fickle das ist doch einfach nur betrug hier okay okay ich verstehe so langsam mag mich keiner mehr am anfang war es eigentlich noch ganz gut aber ja gut reaktionskette das war es das wissen wir schon wie es geht hin und her schwingen auch fach wird doch gewusst nein nein wieso mache ich auch den fehler na ja aber kuppa war der erste Okay? Okay, 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 okay... Okay, 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 okay,か'm justgel probabilities 자연isch... Hahaha! Nein, 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 nein... Was?! Bist du doof?! Boah, Koopa. Das ist nicht dein Ernst. Wegen dir muss ich jetzt den scheiß Karmik einholen. Danke. Dankeschön. Fast geschafft. So, jetzt kommt Bowser nochmal. Aha, Spielbüro. Bist du Geschenke von mir? Klick auf Yana. Das war klar. Okay. Fünf Bowser-Felder. Ordentlich erwischt es den Karmik. Und dass er dann gefickt wird von seinem eigenem Boss. Okay. Ah, wenn weiterfällt es, das heißt so. Wenn ich jetzt auf dem Kampf-Mini-Spiel-Teil. Ah, okay. Okay. Eigentlich müsste es noch einen roten Hammer-Bruder geben, der mehr Sterne abzieht, aber ich weiß nicht, wo der drankommt. Ah, ich darf auch entscheiden. Nein? Okay. Aber eigentlich wäre dieses Minispiel leicht. Spalte das als erstes den Holzklotz, aber achte auf Bob-Oms. Drücke dich, äh, ducke dich. Blablabla, wenn es explodiert. Okay. Das gibt's nicht. Oh, fuck. Scheiße. Nein! Oh nein. Ja. Ich bin doof. Wieso ducke ich mich auf? Fick dich an. Ich will ihn nicht mal sehen. Ich hab alles versaut. Alles habe ich wieder versaut. Alles. Ich bekomme keine Sterne, Manni. Das ist... Kein Bock mehr. Ich seh grad, dass draußen volles scheiß Wetter ist. Wahrscheinlich deswegen hab ich so ein großes Lack. Okay, jetzt kommt der Rote. Oh nein. Weg nach O. Jetzt kommt nur scheiß Minispiele. Das sag ich euch. Meine Nase juckt. Okay. Bereit? Bereit. Wir haben Mario Maker. Wir haben das geübt mit den Trampolinen. Das muss jetzt klappen. Start! Oh nein. Nein! Nein! Nee, wisst ihr was? Ich. Wieso fall' ich da noch? Jetzt bin ich wieder. Schaff' ihn nimmer. Schaff' ihn nimmer. Schaff' ihn nimmer. Ich kann mich noch mal freuen, das alles wieder zu machen. Ja, ich darf noch mal alles machen. Ist das nicht geil? Nochmal alles von vorn. Also, Karmic hat Pech und... Der bekommt zweimal die Hälfte der Ministerne weg, aber... Dass sowas passiert, glaube ich, überhaupt nicht. Man hat ja gesehen, was für ein Lacker der Scheißkerl ist. Oder Verkehrte Welt oder sowas. Aber da werde ich auch verlieren. Weil ich dann Erster sein werde. Ja, gib mir auch noch mal 5. Aber der Letzte ist, glaube ich, jetzt... Ähm... Kupa. Komm, das wäre doch jetzt bitte perfekt, wenn Karmic die Minussterne bekommt und dann noch mal auf den Bowser fällt. Und dann die Hälfte der Ministerne weg. Komm. So viel... So viel Glück muss man doch bitte haben! Wenigstens ich bitte! Bitte! System! Von Mario Party Knowing! Bitte! Achso, das bin ich. Das bin ich. Ja, genau. Fick dich. Natürlich bin ich das. Hab ja vergessen, dass ich danach komme. Komm um die Hälfte der Ministerne. Mann! Verkehrte Welt! Ja, das sind ja nur die, was ich hier abgegeben habe. Kann ich das auswählen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Kuppelhage. Ich hab keine Ahnung. Machen wir das. Sowieso bin ich der zweite oder so dann. Okay. Komm Kamek! Mach ne Einzug hier nochmal drauf, bitte! aber der hat auch glaube ich in 4 von 6 oder so dann schafft man das gemacht hat 1 2 3 wüffel hatte aber das schafft man ja mal oder das ist ja nichts richtiges dabei und dann auch noch fünf die fünf kann ich auch raus scheißen schafft man ihn immer Der ist einfach zu weit Der ist mit fast 30 Sternen zu weit Ne, das muss ich nochmal machen Aber wisst ihr was Ich hab da keine Lust das nochmal zu machen So, achte auf die Schienen und wähle die Leute blablabla Falls ich das jetzt Also falls das Kupa jetzt nicht gewinnen wird Dann Oder ich Dann machen wir das so Dass Dass ich das dann halt so hochlade Dass ich verloren habe Und Dass ich gewonnen habe Dann das werde ich dann Dann ran schneiden Vorm nächsten Part Also wenn dann Der vorletzte Brett kommt Das vorletzte Brett genau Genauso machen wir das Weil ich muss jetzt gleich auch was anderes aufnehmen Und habe nicht nur Zeit Dingens aufzunehmen Und ja Ich glaube das oder Oder bin ich jetzt falsch Ja Scheiße Ich glaube das ist Was ist das, ich weiss es gar nicht, versuchen wir es mal, eins, zwei, drei, ne, nein, nein, naja, komm, Koopa muss den Scheiß gewinnen. Ach, scheiße, Kamek hat gewonnen. Da war das mal halt wieder, eine Fail-Runde. Vielleicht klappt es ja dann offline und dann zeige ich euch halt das Resultat am Anfang vom nächsten Part. Da haben wir definitiv wieder verloren. Ja. 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 Ich achte gar nicht mal auf die Minus, also auf die ganzen Bonussterne Weil ich, ja Indie Spielstar war ich wie zum Beispiel so schlecht Nichts? Okay, daneben nicht Aber ich glaube trotzdem, wir haben verloren Ja Ist zwar leider nix Leider, leider, leider haben wir Verloren So Wie schaut's aus? Shagai ist letzter Ich bin vorletzter Ja Und Dingens ist mit 72 Minusstern Er ist da Ich kam, ich bin erster Ich bin der Superstar Hehehe 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 Lustig Ich bin erster Ich bin erster Ich bin erster Vielen Dank.